Herzlich Willkommen im Möbelhaus Vogt in Eula. Mit einem zuckersüßen Geschenk wurden alle Besucher am 11. März zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr begrüßt. Der Nachmittag im Traditionsmöbelhaus stand ganz unter dem Thema Frühjahrsputz. Und dazu gehören natürlich auch hier und da neue Möbel. Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz eilige Frühjahrsputzer konnten sich aus dem umfangreichen Angebot an Ausstellungsstücken ihre Möbel gleich zum Mitnehmen oder schnell nach Hause bringen aussuchen. Wer es nicht so eilig hat, konnte an diesem Sonntag auch einfach nur entspannt durch die Ausstellung bummeln, die Wohntrends erleben und sich inspirieren lassen. Das Team des Traditionsmöbelhauses stand den Gästen persönlich für eine individuelle Beratung zur Seite. Musik In der Küchenausstellung Zauberte Showkoch Karsten Kuschel einige Gaumenfreuden, die so richtig Lust auf den Frühling machten. Musik Musik Und wer jetzt auch so richtig Lust auf Frühjahrsputz und neue Möbel verspürt, Sollte einen Besuch im Möbelhaus Vogt im Gewerbegebiet Euler West unbedingt einplanen. Musik 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 Musik